Hallo und Willkommen Die letzte Folge war etwas kurz Ja, habe ich nicht mitbekommen, aber die werden nur in 10 Minuten Folgen getaktet Ähm Den muss ich mal gucken Ich habe vorhin Sand weggeworfen und Sand hätte ich gebraucht für Klaas Ich bin jetzt so weit gekommen, dass ich hier meine Hütte gebaut habe Da ich jetzt mal noch schauen muss, wie hier was aufgebaut wird Weil ich das erste Mal noch lange wirklich im Ja, nicht im kreativen, selbstständig arbeite Uiuiui, schöner Ausblick Da hinten ist auch eine Hülle Aber ich gehe jetzt mal nicht so weit weg Ah, da wird Ach, nur ein Schaf Gut 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 Wieder gesammelt Okay, hier sind Hühner, da müssen noch Eier irgendwo liegen, aber ist mir ja auch real Wir brauchen definitiv Holz Ui, das ist ja schön Schöner Mond Die Tiere schlachte ich jetzt mal nicht Auch wenn ich Lust darauf hätte Aber ich muss mir hier noch ein bisschen was bauen Also brauche ich Ich werde mal noch mal eine Eisenschaufel machen Auch wenn es Verschwendung ist Genau Habe ich noch einen Stab? Ne, habe ich nicht Nicht Aber ich habe ja hier Was anderes Also Stöcke habe ich jetzt genug Dann werde ich jetzt erstmal Erde klatschen Mir verschlägt das gleich die Sprache wenn ich das Wort sage Mal Land ein bisschen begradigen Oh, nochmal Löcher reinmachen Das Holz kann man weg hier, weil ich brauche das ja nun wirklich nicht Gut So, mal kurz richtig hinsetzen Ist jetzt ja ein bisschen schief Weil die letzte Folge war ein bisschen kurz Weil ich da irgendwie nicht auf die Zeit zugeschaut habe Hab die ja immer nur in 10 Minuten Folgen getaktet Meine Idee, ich habe ja einiges zu ebnen Alle schief und krumm Ähm Der Sinn Warum ich das hier mache Ist erstmal weil ich Spaß am Spielen habe Aber warum ich ausrechtlich das hier mache Liegt im Endeffekt daran, dass ich hier Eine gerade Fläche haben will, weil ich möchte irgendwo meine Tiere hinstellen Und ich möchte auch was ich nicht alles möchte Ähm, ich möchte auch irgendwo meine Väter anbauen, weil ich möchte ich später nicht verrungen haben Meine Güte Überall noch Erde rum zu liegen Und ich nehme die nicht mit Wo ist eigentlich das ja noch soviel übrig ist Aber jetzt bin ich gleich durch hier Dann muss ich wieder Holz holen, weil ich brauche Zäune Jede Menge Das Gras ist auch dichter geworden, deswegen sieht man das auch schwierig Gut Gut, okay Alles soweit geebnet Alles soweit geebnet Da war wohl gerade ein Fehler dran, da war Ich hoffe ich habe genug Erde mit Okay Wollen wir mal gucken Vielleicht reicht das nicht, dann muss ich woanders mal wieder abbauen Aber ich mache das hier alles mal gerade Aber ich glaube es reicht Spawn kann ja unten eigentlich nicht Auch spinnen können ja nicht spawnen, weil ich habe ausgeleuchtet Auch spinnen können ja nicht spawnen, weil ich habe ausgeleuchtet Gut Weiter Ups Heute genieße ich mal den freien Tag Ich muss ja gerade überlegen Wie mache ich das? Wie komme ich gleich hier raus? Obwohl es dann eine Leichtigkeit hier rauszukommen Gut Sieht ja gut aus, alles begradigt hier Okay Mal gucken Reicht das auch? Ich sagte auch, ich habe heute einen Froschmalz Das ist Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das